Herzlich Willkommen Trader zum Freitagswebinar pünktlich vor Marktstart. Der Blick in ein paar Ideen heute im US-Dollar, im britischen Fund, Schweizer Franken und im europolnischen Slotty. Letzte hatten wir ja vor kurzem mit einer hervorragenden Idee und die ist wirklich bombastisch aufgegangen. Also da kann ich wieder nur mal ein bisschen Werbung machen dafür, auch Nebenwährungen anzuschauen, weil auch dort spielt oft ganz ordentlich Musik. Wir schauen uns den Chart dazu natürlich gleich an. Und wie immer am Freitag der große Chartcheck. Wir blicken auf die Indizes, was sich in den letzten Tagen getan hat. Wir schauen auf die Wochen Nachrichten aus dieser Woche und auch auf das, was in der nächsten Woche auf uns wartet. All das jetzt hier in der Live-Chart-Besprechung und danach gucken wir noch auf wichtige Wirtschaftsberichte. Diese Woche war die ZEW dran und das USB-Spuk haben wir bekommen. Das sind Faktoren, die brauchen wir Trader oft und wichtigerweise als fundamentale Informationsquellen, damit wir uns ein bisschen so darauf vorbereiten können, was der Markt hier spielen könnte. Wir wollen ja im Einklang mit dem Markt traden und aus diesem Grund brauchen wir immer wieder ein paar Informationen. Allen, die hier live zuschauen, von meiner Seite auch wie immer einen guten Morgen und verbunden mit der Bitte oder dem Wunsch, wer Fragen hat oder den ein oder anderen Wunschschart analysiert hat, möchte bitte direkt die Fragen rein in die Chats, auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und dann gehe ich gerne auch auf die Wunschmärkte ein. Und damit schauen wir gleich mal in die aktuelle Vorbereitung für heute. Der Risikohinweis, wie immer zuerst der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir in die Tagesnachrichten rein. Ja, wenn wir nochmal ganz kurz zurückblicken auf die Nachricht gestern. Der Knaller war ja natürlich hier, was die Märkte zunächst ordentlich nach oben bewegt hat. Das Thema Brexit. Johnson hat sich mit der EU geeinigt. Das ist ja mittlerweile bekannt. Da gab es einen schönen Aufschreien, Jubel nach oben und danach Ernüchterung. Warum? Das hatten wir doch alles schon einmal mehr als einmal mit Theresa May. Wie oft hat Theresa May etwas ausgehandelt, wo die EU und Theresa May auf einer Linie waren. Dann kam sie zurück und was ist im britischen Unterhaus passiert? Eine Ablehnung. Und genau das ist das, was wir jetzt auch haben. Der Deal zwischen Johnson und der EU steht zwar, aber es muss in den... Die Briten müssen noch zustimmen. Und solange wie das nicht passiert, ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Es ist das Risiko noch lange nicht weg, dass wir doch einen ungeregelten Brexit bekommen. Also es gibt hier noch nichts in trockenen Tüchern. Und aus diesem Grund haben wir einfach erstmal die Freude gesehen. Und das ist übrigens auch ein gutes Zeichen. Wenn das Teil wirklich durchkommt, haben wir dann in der kommenden Woche auch die Chance, die Rallye nach oben fortzusetzen. Aber wir sehen halt auch, dass der Markt ein bisschen vorsichtiger agiert. Gerade bei diesem Thema. Es steckt natürlich auch eine Menge Enttäuschungspotenzial drinnen. Und das müssen wir natürlich immer auch mit beachten. Gerade auch bei Währungen im britischen Bereich haben wir ja heute auch wieder eine. Da muss man immer schauen, was hier passiert. Heute noch nicht so zwangsläufig. Aber am Samstag ist die Abstimmung. Und dann könnten wir durchaus Rock'n'Roll sehen. Wir haben es ja gestern auch gesehen, das Rock'n'Roll im Cable. Was dort los gewesen ist. Also es ist eine Menge Musik drin. Und das ist ja das Schöne. Blicken wir auf den heutigen Tag hier an dieser Stelle. Etwas haben wir schon bekommen. Und das könnte durchaus, sage ich mal, den DAX wieder mal ein bisschen noch nach unten bringen. Weil wir wissen ja, wenn China irgendwie da ein Säckchen Reis umfällt, dann könnte es auch passieren, dass wir in Deutschland ein bisschen was von dieser Welle abbekommen. Wir schauen mal kurz auf die Zahlen. Wir haben heute Morgen um 4 Uhr hier deutscher Zeit, haben wir ein paar Zahlen bekommen zum Thema Bruttoinlandsprodukt aus China. Hier sehen wir, das lag unter der Prognose. Also etwas gemischte Zahlen. Dafür ist die Industrieproduktion etwas angestiegen. Ja, es ist gemischt. Ja, es ist in meinen Augen jetzt nichts, wo man dramatischste Abweichungen hat. Dass wir jetzt hier einen Megaschub nach unten an den Märkten wegen diesen kleinen Abweichungen bekommen müssen. Wie schon gesagt, das BIP ist ein kleines bisschen zurückgegangen. Das ist eine Tendenz, die sehen wir hier immer mal. Aber ich denke mal, das ist jetzt noch nicht so tragisch, dass wir hier jetzt einen Down-Move bekommen von 10, 15 Prozent. Dazu sind die Zahlen einfach noch zu gut. Verglichen mit der Vergangenheit ist das zwar was anderes, aber es ist, wie es ist. Jetzt schauen wir auf den weiteren Tag. Wir sehen es hier heute in der Liste, die wir auch auf der Uhr hier haben. Es geht ohne viele Nachrichten heute zu. Das heißt, wir kriegen hier aus den USA irgendwann im Laufe des Tages den Index der gesamten industriellen Aktivität. Das ist eine wichtige Stellgröße, hat jetzt hier keine drei Wohlenköpfe. Aber wenn es der Industrie gut geht, sind die industriellen Aktivitäten auch hoch. Alles andere wäre dann hier eine andere Geschichte. Dann gibt es ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern. Das haben wir ja auch immer wieder. Wir haben einen EU-Gipfel, der hier um 12 Uhr angesetzt ist. Und am Abend gibt es dann hier, wie immer am Freitag, den COT-Report für die Rohstoffe. Also das sollte man als COT-Händler immer mit auf der Uhr haben. Wir haben ja hier mittlerweile auch noch einen Rohstoff dazubekommen bei Tickmel. Es ist im Öl das Brand dazugekommen. Deswegen das hier als Erweiterung. Ansonsten, wir wissen es, wenn wir uns mal ganz kurz hier die Liste auch anschauen. Wir haben hier in den Rohstoffen ja auch einiges da. Also wir haben das Brand, wir haben das WTI, wir haben Gold und wir haben Silber auf der Rohstoffseite. Also da kann man sich auch als privater Investor oder Trader schon ein bisschen sozusagen austoben mit den Möglichkeiten, die hier gegeben werden. Und das machen wir immer wieder hier. Und da spielen unter anderem auch die COT-Reports eine Rolle. Es gibt ja da immer wieder, sagen wir mal, Handels-Setups, die man daraus ziehen kann, die man daraus spielen kann. Und damit kann man das gut nutzen. Man muss halt einfach nur auf die Zahlen schauen. Mein Kollege, der Martin Gürsch, ist da ein sehr, sehr guter Spezialist. Vielleicht kriege ich den irgendwann mal dazu, dass wir hier mal einen kleinen Anriss auch auf die Seite COT machen. Das, ja, schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir das sogar im Herbst oder aller spätestens Anfang nächsten Jahres hin. Nun, damit gehen wir zu den Handelsideen an dieser Stelle. Ich hatte es ja avisiert. US-Dollar, Cann-Dollar, britisches Fund, Schweizer Franken und Euro, polnischer Slot. Und mit letztem fangen wir mal an. Und auch noch mal rückblickend zur Handelsidee. Wir hatten ja hier in diesem Bereich darüber gesprochen, als der Markt nach diesem ersten initialen starken Schub hier oben reingelaufen ist hier unten reingelaufen ist, nahe zum aktuellen Tief hier unten beziehungsweise in diesen blau markierten leichten Support-Bereich hinein. Hier, wenn man das mal enger macht, da sieht man, wie alt der auch schon ist, was da gewesen ist. Das war ein Bereich, wo man durchaus kurzfristig mit einem Rückschnapper rechnen hätte können, wenn es denn der Markt gespielt hätte. Das war ja der Fakt, den wir hier auch hatten. Was ich hier gesagt hatte, ist, das war sozusagen, ich mache mal kurz hier eine Markierung dran, damit wir uns mal den Tag kurz in der Stunde anschauen können. Schaut es mal, das war, als wir darüber gesprochen hatten, wo der Markt möglicherweise die Chance hatte, hier einen Rückschnapper hinzulegen in diesem Unterstützungsbereich, war an dieser Kerze. Und ich werde von dem einen oder anderen Trader öfter mal gefragt, woran mache ich das denn aus, dass ich sage, oder woran entscheide ich mich als Händler denn? Jetzt gehe ich long. Jetzt trade ich einfach eine Regression in den kleinen Zeiteinheiten, einen entstehenden Aufwärtstrend als Gegenbewegung. Und das ist schon die Antwort dazu. Ich nutze einfach einen Aufwärtstrend, der sich sozusagen in die Gegenrichtung entwickelt, als mein entsprechendes Setup. Und das ist halt der Punkt, wo wir hier gesehen haben, der Markt ist hier oben mal kurz drüber gelaufen, aber er konnte sich nicht nach oben fortsetzen. Es hat sich keine Aufwärtsdynamik gebildet und deswegen haben wir das auch nicht bekommen. Und aus diesem Grund haben wir gesehen, das war eine kleine, schwache Korrektur, die wir hier gesehen haben. Und danach hat sich dieser Schub fortgesetzt. Und wo ist er reingelaufen? In hervorragender Manier erstmal wirklich runter hier Richtung diesen Unterstützungslevel, hier knapp um die Marke 428. Das ist doch mal eine feine Sache. Jetzt haben wir die Sache so, wir verortet oder wir sind gerade verortet wieder, wie gesagt, in diesem Bereich. Ich zoome mal den Chart kurz etwas kleiner, dass wir mehr Historie sehen. Das heißt, was wir hier sehen ist eine deutliche Dynamik hier an dieser Stelle nach unten. Gestern auch mal ein kurzes Luft holen, aber kompletter Abverkauf. Das ist erst einmal ein sehr, sehr bärisches Zeichen. Trotzdem haben wir momentan noch die Verortung hier an diesem Bereich, hier an dieser Stelle, als dieser große Aufwärtsschub entsprechend gestartet ist. Da gab es hier, ich habe jetzt nur mal diesen Schub hier so reingemacht. Hier oben gab es natürlich eine hochvolatile Korrektur. Dann ging es nach oben. Das war halt auch hier die Tatsache, als diese Dynamik hier rausgenommen wurde und sich dieser Trend jetzt nach unten gebildet hat. Nur eine Sache heißt halt Support Level. Warum hier unten an dieser Stelle? Hier gab es halt den Initialschub. Vielleicht gibt es ja ein paar Händler, die hier unten noch mit Limit Orders warten und hier einen, sage ich mal, Bounce nach oben damit auch auslösen könnten, der dann weitere Käufer findet. Wir schauen uns gleich ran, wie das in der Stunde ausschauen sollte oder in der untergeordneten Zeiteinheit zumindest mal. Und das Ganze, wenn wir uns das mal anschauen, hat dann durchaus auch ein bisschen Potenzial zur Oberseite hin. Hier mal über das Tageshoch von gestern da oben rüberlaufen. Da haben wir die Marke von 4,29,4 hier oben. Da haben wir dann ein paar Anlaufpunkte, wie immer Mangenta markiert, weil das die Korrekturhochs der Stunde sind, die hier nach unten gelaufen sind. Das Potenzial ist da. Kommt es allerdings nicht dazu. Wir haben ja hier an diesen Stellen immer zwei Setup-Möglichkeiten. Entweder wir bekommen die Gegenbewegung oder den Schub nach unten. Bricht es einfach. Fällt es weiter wie ein Stein nach unten. Dann müssen wir das Level hier nehmen, die 27,5, beziehungsweise wenn das dann deutlich tiefer fällt, dann haben wir hier die 4,24,4. Das ist das Trendtief hier unten an dieser Stelle, was wir dann erst einmal als nächsten Anlaufpunkt mit möglichem Support-Level haben könnten. Und wie versprochen, jetzt noch der Blick in die Stunde. Und in der Stunde sehen wir den intakten Abwärtstrend. Abwärtstrend. Und das ist der Punkt. Solange wie der noch intakt ist, geht die Bewegung einfach nach unten weiter. Hier. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von fallenden Tiefs und fallenden Hochs. Und solange wie das so ist, bleibt es so. Aber, ich habe ja gesagt, es könnte hier durchaus zu einem Rückschnapper kommen. Und dieser Rückschnapper schaut halt so aus. Hier unten sollte sich hier tatsächlich jetzt ein Boden bilden. Wie schon gesagt, sollte mit Absicht. Ich bin da vorsichtig in meiner Formulierung. Wir haben noch keinen Boden, der uns sagt, jetzt geht es nach oben. Was ich persönlich hier sehen möchte ist, ich persönlich, das ist wichtig hier zu beachten, dass wir hier über dieses Zwischenhoch drüber laufen. Das wäre mal ein erster Marker, dass es nach oben gehen könnte. Und wenn wir dann den Trend nach oben laufen sehen, dann haben wir tatsächlich die Chance, hier erst einmal diese Level-Up zu frühstücken, hier die wir liegen haben. Und dann sind wir schon wieder in diesem ehemaligen Unterstützungsbereich, jetzt Widerstandsbereich hier oben angekommen. Das wäre kurzfristig, mittelfristig, wenn es doch deutlicher nach oben gehen sollte, haben wir hier in diesem Bereich um die 4,34 das nächste Anlauflevel. Also das ist dann hier oben, ich mache es mal kurz rein hier oben. Was haben wir da? 4,33, knapp 6. Also 5, 4,33, 5, 4,33, 6. In diesem Bereich hier, das sind die Fakten, die wir hier auf dem Tisch haben für einen Rücklauf. Also wir haben hier an dieser Stelle Chancen in weiter Richtung. Die Setup-Trigger habe ich ja gerade genannt, die wir brauchen. Wie schon gesagt, Fragen dazu immer wieder gern. Und damit wechseln wir zum nächsten Währungspaar. Und zwar schauen wir auf britisches Fund, Schweizer Franken. Wie schon gesagt, hier beim britischen Fund, bei allen mit dem britischen Fund verbundenen Währungspaaren ist immer eine Sache sehr, sehr wichtig. Erstens für mich, dass ich den richtigen Chart wähle, dass es hier schick aussieht in der Präsentation. Also nehmen wir den, der sieht doch deutlich hübscher aus. Und das Zweite, was wir hier beachten müssen, ist wirklich das Thema Brexit. Schieben wir mal kurz die Nachrichtenlage beiseite und konzentrieren wir uns mal auf die Fakten, die wir hier aktuell im Chartverlauf haben. Da haben wir nämlich mittlerweile einen schön nach oben laufenden Aufwärtstrend. Letztes Korrekturtief hier unten bei 1,20,918. Fortsetzung des Trends ist hier oben am Hoch passiert bei 1,24,773. Alles wunderbar, ganz toll gelaufen. Chancen nach oben fast vollständig ausgelotet und mal wieder ein sehr, sehr schönes Zeichen hier oben. Hier haben wir einen Widerstand liegen. Hier oben, da hat sich diese starke Abwärtsdynamik, also sozusagen etabliert im Markt. Da hat sich der Abwärtstrend gebildet. Das ist die Marke von 1,29,2. So, das ist jetzt der Widerstand. Wer zur Oberseite traden möchte, wer diesem Trend die Chance geben möchte, sich weiter nach oben zu entwickeln, muss natürlich warten, bis der Markt das Ganze auch spielt. Aber die Chancen sind da. Heißt also, aus rein jetziger Sicht, wir müssen natürlich für das Long Setup erst einmal hier übers Tageshoch von gestern drüber und dann oben diesen Widerstand rausnehmen. Dann haben wir eine Chance, weit nach oben zu laufen. Hier, wir haben ja die Tops hier oben liegen. Wir nehmen mal kurz das Fadenkreuz hier. Das Top liegt hier um die Marke von ungefähr 1,34, ähm, ja genau, 1,34, 1,6. Das ist hier oben der Top-Bereich. Ohne Probleme kann sich dieser Markt natürlich fortsetzen. Dazu muss er aber erst mal hier oben drüber laufen. Wie schon gesagt, das Ganze wird getriggert, wenn wir hier oben über das Hoch drüber laufen. Korrektive Phase natürlich auch jederzeit möglich. Auch dafür haben wir ein paar schöne Marker liegen. Wir gucken auch gleich in die Stunde. Hier unten der Ansatz hier an diesem Zwischentief bei 1,25, 5,32 beziehungsweise hier dieses Trendausbruchlevel bei 1,24, 7,73. Das ist ein Level, das interessant ist und dass der Markt hier sowas spielt, sehen wir auch hier unten. Schaut es euch mal an. Nach der Trendbildung gab es einen schönen Schub nach oben. Korrigiert hat er dann hier in dieses Level hinein, wo dieser Trend entstanden ist. Da ist das Korrekturtief gekommen, danach ging der Start nach oben los und das Potenzial haben wir jetzt selbstverständlich auch an dieser Stelle und wer jetzt überlegt, okay, was möchte ich denn machen, muss ich die Frage stellen, möchte ich hier in einem sehr kurzfristigen Bereich traden, dann ist es erst mal wichtig, dass wir hier die Tagesrange von gestern beachten. Das heißt, unten und oben sind wichtige Marker. Wer von unten rankommt, wir sehen auch, das Tagestief von gestern lag ganz knapp über dem Tageshoch von vorgestern. Also schon ein markanter Bereich, den wir hier sehen, da muss der Markt sozusagen das Ganze halten und dann haben wir Chancen nach oben zu laufen. Jetzt aktuell stehen wir noch mittendrin, statt nur dabei. Das weiß ja mittlerweile jeder, der hier zuschaut, das ist immer ein bisschen tricky, wenn man noch keine genaue Richtung hat. Also auch die Volumentrader, die gehen ja auch nicht dort rein, wo der Markt fair bewertet ist, sondern die suchen sich halt immer die Stellen raus, wo er billig oder teuer ist. Ja, also das sind die Marker. Das heißt hier oben, wenn man einen Range, sag ich mal, innerhalb einer Range traden möchte, tradet man von oben nach unten oder von unten nach oben und da stehen wir jetzt halt noch nicht. Das heißt, wer sich hier auf die Laue legen möchte, kann beispielsweise mal in den Stundentrend hineinschauen und sich einfach aussuchen, okay, hier war das Tageshoch, hier unten ist der billigere Bereich in diesem Thema und das Ganze rauszusuchen und hier sind wir momentan halt in dem Bereich, wo wir hin und her schwingen. Und da ist es jetzt interessant, wenn wir tatsächlich aufbrechen zur Oberseite hin, wäre das erstmal eine positive Dynamik im Sinne des übergeordneten Trends des Tages, aber wir müssen tatsächlich hier oben drüber, weil wir im kurzfristigen Bild, wenn wir uns mal diesen Schwung nach oben anschauen, dann haben wir ja hier das letzte Korrekturtief gehabt, hier das Trend hoch, also dieser Bereich ist schon eine wichtige Marke und da wurde es dann, sag ich mal, etwas unruhig im Markt und wie schon gesagt, wenn dieser Bereich hier tatsächlich nach unten durchbrochen wird, dann haben wir eher die Wahrscheinlichkeit einer nach unten laufenden Korrektur, ansonsten die Chance auf der Oberseite, wir müssen hier jetzt einfach noch auf die saubere Signallage warten, aber Fokus kann man auf alle Fälle drauf mithaben, im kurzfristigen wie auch im mittelfristigen Bereich, aber wie schon gesagt, britisches Fund, bitte ein kleines bisschen auf der Agenda haben, Samstag ist ein wichtiger Tag für die Briten und damit wechseln wir zum dritten Währungspaar und zwar US-Dollar, Can-Dollar an dieser Stelle, auch wieder erst einmal der Blick hier hinein in den Tageschart und da sehen wir eine interessante Situation, nämlich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, US-Dollar, Can-Dollar haben wir hier oben drinnen stehen, hier steht noch komplett britisches Fund, kurzen Augenblick, ich muss das mal eben noch richten, Doppelklick auf Stereo Trader, der will mir das nicht geben, gut, okay, blenden wir das hier und jetzt einfach einmal aus und schauen mal rein, was der Markt uns hier an dieser Stelle zeigen möchte, also wir sehen hier folgende oder mehrere Faktoren und zwar weite, weite Schwungbereiche, da kommt zum Teil auch mal der Blick in die Woche, der hier interessant werden könnte, ich sehe gerade das Schadfenster lässt die Zeiteinheit auch nicht wechseln, okay, also machen wir es so ganz pragmatisch, wir haben, wenn wir uns mal die ganz große Geschichte, auch wenn wir die Woche mal mit einbeziehen, ganz oben hier einen Deckel drauf um die Marke von 1,34,3, das ist hier oben der Deckel, dann haben wir hier das Jahrestief um die Marke von 1,30, 1,58, das sind mal die großen ausladenden Seiten, die wir in der Woche sehen, das wäre das erste, das ist halt auch das Potenzial, was wir zur Ober- oder Unterseite haben, wenn der Markt die zweite Range, die wir hier drinnen haben, verlässt, das heißt, wir haben ja oben den Deckel drauf bei 1,33,5 ganz grob über den Daumen und hier unten haben wir aktuell noch eine Unterstützung liegen, die kommt hier so ein bisschen aus der Historie, grob über den Daumen um die Marke von 1,31,4 und diese Marken sind halt für jetzt relevant, das heißt, wir haben hier eine Range, die wir als schwach gesehen haben, hier oben ist dann direkt wieder Schwäche reingekommen, das haben wir gesehen, hier das Doppeltop hier oben, Schub nach unten, Zwischentief bei 1,37,7, nein, bei 1,31,7,12, kurze Korrektur, Top hier oben bei 1,32,4, zack, bumm, ging es nach unten. Wo haben wir gestern angehalten? Hier, wir sind schon mal kurz unter diesen Tiefbereich hier drunter gelookt, das heißt, das Tagestief von gestern hatten wir hier bei 1,31,3,8 und hier das Tief, das hatten wir bei 1,31,3,4. Das heißt, wir haben hier ein neueres Tief gemacht und haben so ein bisschen drunter gelookt. Und jetzt, jetzt kommt es halt darauf an, wir wissen ja, dass wir in der Vergangenheit hier unten nicht einfach so unten drunter durchgerutscht sind. Bildet sich jetzt hier Aufwärtsdynamik, nutzen wir die Aufwärtsdynamik gerne für den einen oder anderen Trades zur Oberseite hin. Anlaufpunkt hier, erst einmal kurz das Spike Low, was wir hier unten hatten bei 1,31,71,2 beziehungsweise dann mit Blick hier rein auch möglicherweise 1,32,06 oder Fakt ist auch hier, wenn man mal diesen trendigen Verlauf anschaut, das Korrektur hoch. Das haben wir definitiv hier bei 1,32,4. Das wäre mal etwas für einen Rückschnapper. Ja, da sehen wir dann Aufwärtsdynamik in der Stunde, gucken wir uns gleich an. Aber, wird diese starke Kerze von gestern bestätigt, das heißt, fallen wir unter Jahrestagestief von gestern, das ist die Marke von 1,31,3,0,8 hatte ich erwähnt, setzt sich diese Dynamik nach unten fort und dann ist nicht nur der Weg angetestet, sondern dann ist der Weg wirklich offen nach unten, dann kommt hier die 1,30, 1,58 wieder ins Spiel, das ist das Jahrestief und das spricht dann wirklich für den Test dieser unteren, großen Range, die wir hier drinnen haben und das können wir dann anlaufen und das ist das Potenzial, was wir haben. Zwischendrin gab es hier mal dieses kleine Spike-Tief bei 1,31,0,52, das wäre möglicherweise eine kleine Anlaufstelle und jetzt hier wie besprochen oder wie versprochen die Stunde. Jetzt muss ich nur mal den Chart kurz wechseln, weil er mag hier nicht mit mir arbeiten. Ich mache mal ganz kurz hier ein neues Chartfenster auf. So, da haben wir es hier und wir gucken jetzt mal, ich hoffe, jeder hat sich so ein bisschen gemerkt, was wir hier gerade machen. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz hier das Ganze noch an. Ich zauber mal kurz hier im Tagesschat noch den Support mit rein. Also hier, das ist der Support-Bereich, den wir gerade haben. Wichtiger Marker. So, dann sind wir hier oben an dieser Stelle, sind wir nach unten weiter ausgebrochen. Das wäre also an dieser Stelle ein Widerstandsbereich und dann haben wir noch hier oben das aktuelle Zwischenhoch, wenn wir uns mal diesen trendigen Verlauf nach unten halt anschauen. Das gucken wir uns jetzt mal in der Stunde an und da sehen wir nämlich, das ist auch der Grund, warum ich hier die untergeordneten Zeiteinheiten auch mit anschaue. Wir sehen das Verhalten der Marktteilnehmer und das ist halt das, was sich in meinem Trading-Stil entwickelt hat und wenn wir jetzt hier unten sehen, wir haben jetzt hier nicht nur einen Seitwärtslauf, sondern der Markt steigt nach oben an, also trendet hier nach oben. Das wäre das Signal, dass wir tatsächlich eine Umkehr bekommen und die Chance für einen kurzen Rückläufer und wie schon gesagt, da haben wir die Marker drin liegen, die hatte ich ja besprochen und wenn es hier schön nach oben läuft, wir haben halt hier in der Stunde ersichtlich auch ein paar Korrekturhochs des letzten Schubs, das sehen wir ja auf Tagesbasis alles nicht. Die Stunde verrät uns das sehr wohl. Hier sehen wir dann, wenn es nach oben geht, haben wir steigende Kurse, die Händler sind bereit zuzugreifen bei steigenden Kursen und das gibt uns dann die Chance zur Oberseite hin aber wie schon gesagt, wenn wir das nicht sehen, sondern hier einfach nach einer kurzen Seitwärtsbewegung, also nach einer weiteren Range hier, leicht den Schub nach unten bekommen, dann wissen wir, was geschlagen hat, nämlich die Stunde der Bären, die treiben dann alle durchs Lager und dann können wir uns wieder mit dem Tag beschäftigen und das Ganze dann selbstverständlich hier nach unten hin mit Traden. Soweit zum Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz rein, ob wir eventuell noch ein paar Fragen haben, wenn nicht, gehen wir weiter zur großen Chartanalyse. Okay, ich sehe jetzt hier im Facebook keine Fragen, ich sehe auch auf GoToWebinar keine Fragen, wie schon gesagt, wer eine Frage hat, gerne einfach fragen, ich kümmere mich sehr, sehr gerne drum, was wir jetzt machen ist, hier, wir gehen nochmal kurz zurück in die Präsentation, bevor wir hier die große Index-Schau machen, gehen wir erst nochmal rein in die Nachrichten und schauen mal, was wir an fundamentalen Daten bekommen haben, die die Indizes diese Woche mit bewegt haben. Eins schwebt hier ganz stark drüber oder eigentlich sind es zwei Dinge, die hier drüber stark schweben, die hier nicht drinnen stehen. Das ist das erste Thema, Handelsdispute zwischen den USA und China. Da gab es erstmal gute Nachrichten, das hat die Märkte beruhigt und nach oben getreten. Das war der erste Fakt, der hier nicht drauf stand. Das zweite, das Thema Brexit, da hatte ich ja vorhin in der Einleitung schon ein paar Worte gesagt, das hat natürlich auch die Märkte beeinflusst und nach oben gebracht. Was dann noch kam, im Laufe der Woche sehen wir hier, ZEW-Konjunkturdaten haben wir bekommen, hier der Index aktuell bei 22,8, also minus 22,8, deutlich besser als erwartet. Ja, es ist immer noch ein Rückgang, aber es ist halt etwas besser als der vorherige Wert und deutlich besser als die Prognose und das hat der Markt jedoch sehr, sehr positiv aufgenommen. Wenn wir uns mal die Verbraucherpreise anschauen, hier in der EU, das spricht für sinkende Kurse, das gefällt natürlich der Zentralbank nicht, wenn die Inflation sinkt. Aus diesem Grund ist das etwas, das wiederum positiv für die Aktienmärkte ist, weil damit kommt natürlich die Zentralbank wieder mit ins Spiel. Billige Zinsen sind gut für den Aktienmarkt, das treibt die Kurse entsprechend mit nach oben. Aus den USA haben wir Einzelhandelsumsätze am Mittwoch bekommen, die sind schlechter ausgefallen als erwartet. Das war natürlich nicht so schön. Also das war eher eine Enttäuschung für den Markt, weil wir wissen ja wie wichtig, dass die Einzelhandelsumsätze für das Bruttoinlandsprodukt in den USA sind. Am Donnerstag haben wir gesehen, der Philly-Fed-Herstellungsindex ist auch gesunken. Das heißt, wenn wir nachher ins Beachbook gucken, sehen wir auch so ein paar dunkle Wolken mittlerweile immer mal wieder am Himmel. Der Philly-Fed-Herstellungsindex der ist hier auch gesunken. Die Rohöl-Lagerbestände allerdings, die haben deutlich zugenommen. Also wir sehen, weniger Abnahme bei den Rohöl-Lagerbeständen heißt halt, dass weniger verbraucht wurde. Was das heißt, kann sich jeder ausmalen, wenn weniger verbraucht wird, wenn die Industrie davon auch weniger braucht. Na ja, dann hat das einfach teilweise auch was mit weniger Energieverbrauch zu tun und das spricht dann seine Sprache für sich. Und wie schon gesagt, aus China haben wir heute das Bruttoinlandsprodukt bekommen und die Industrieproduktion, das ein paar gemischte Daten, die wir hier an dieser Stelle mit sehen. Also das zum Rückblick auf die Termine dieser Woche und jetzt geht's rein in die Charts. Das heißt, wir reden jetzt über die großen Indizes, die wir hier an dieser Stelle auch mit sehen und wir schauen zuerst hier auf den deutschen Markt. Das heißt, der DAX, wie schon gesagt, gestern ein richtiger Freudensprung nach oben hier. Wir sind mit den Brexit-Nachrichten direkt nach oben geschossen auf über 12.800 Punkte. Das war natürlich, das war krass. Ich persönlich habe auch mich gefreut, auf der einen Seite Depot auf Allzeithoch, aber auf der anderen Seite habe ich in dem Moment auch gedacht, warte erst mal ab. Alles, alles easy peasy. Das haben wir schon oft gesehen. Der Markt freut sich, es schnäppst kurz nach oben. Hier oben haben wir halt dann auch möglicherweise ein paar weitere Orders ausgelöst und wenn der Orderflow dann nämlich nachlässt und keine neuen Nachschub-Orders kommen, ja, dann ebbt es halt erst mal etwas ab. Das ist jetzt nicht dramatisch. Man merkt das wahrscheinlich auch an meiner Reaktion. Es ist für mich wirklich eine ganz normale Sache. Ich werde da jetzt nicht euphorisch in diesem Bereich. Heißt, was wir jetzt hier sehen, ist einfach der starke Abverkauf und wenn der sich fortsetzt, aus welchem Grund auch immer, dann sehen wir natürlich erst einmal eine korrektive Phase und die kann halt auch ein Stückchen weit nach unten laufen. Wir sehen ja den ganz, ganz großen Schub hier nach oben. Wir sehen, dass wir hier in dieser Dynamik wirklich wichtige Marker rausgenommen haben. Wir sind hier über dieses Zwischenhoch bei 12.490 Zählern drüber gelaufen und haben dann auch gleich direkt hier diese Hochs bei 12.600 und 12.659 rausgenommen und haben damit auch direkt ein neues Jahreshoch geschrieben und irgendwann kommt es halt zur Korrektur. Wenn man das mal sieht hier im größeren Bild, ich skizziere das mal kurz weiter, also wir haben ja hier die Korrektur sozusagen des grün markierten Aufwärtstrends gesehen und jetzt sind wir hier reingelaufen in eine Bewegung, die ein Stückchen weit nach oben gelaufen ist und wie schon gesagt, wenn wir jetzt hier Korrektur sehen, dann ist es eine Korrektur in diesem Aufwärtstrend. Die hat aber auch ordentlich Schwungbereich nach unten, das darf man nicht vergessen. Die hohen Volatilitäten sorgen natürlich auch für ausschlagende Bewegungen und hier haben wir dann natürlich in diesem Trend, wenn die Korrektur tief laufen sollte, keine Ahnung ob das kommt, aber wenn sie tief laufen sollte, schaut mal wo hier unten das aktuelle Trend tief ist, das ist bei 11.820 Zählern, das heißt wir können um fast 1000 Punkte korrigieren vom Hoch, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Ja, das muss man als Händler momentan immer auf der Uhr haben, dass das Ganze auch vom Risiko und vom Money Management natürlich hier immer mitpasst, aber die Lage schaut interessant aus, es ist gut und wenn wir uns mal hier die längere Historie vom DAX auch anschauen, wir haben jetzt hier drüben noch ein paar Anlaufpunkte liegen, wenn wir uns mal das größere Bild anschauen, hier drüben schaut es mal, hier haben wir einen Korrektur hoch liegen, hier oben haben wir Korrektur hoch liegen, also wir haben schon noch ein bisschen was an Potenzial, was wir nach oben in Richtung Allzeithoch abfrühstücken können, ich will jetzt um Gottes Willen noch nicht das Allzeithoch ausrufen, aber wir haben nach oben Potenzial, genauso wie wir momentan Korrekturpotenzial haben, das Bild ist weiter aufwärts gerichtet, der Markt ist momentan positiv, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir uns gleich den ZDW-Index anschauen, aber der Markt spielt halt momentan einfach etwas anderes und aus diesem Grund laufen wir hier einfach mit, das hier und damit geht es weiter mit den US-Märkten, wir blicken rüber auf den Dow hier, kleinen Augenblick, da haben wir das Bild jetzt auch wieder ein bisschen schöner, im Dow sehen wir momentan weiterhin die Verortung hier oben in diesem Bereich um die 27.000 Punkte Marke, hier haben wir ja einen Schwungbereich hier, habe ich hier mal grob über den Daumen bei 27.050 das Mittel genommen, hier will der Markt momentan noch nicht so richtig drüber, es geht nicht so richtig hoch, es geht nicht so richtig runter, heißt halt, wir haben einen Markt, der nach diesem starken Anstieg oben korrigiert, das heißt hier einen Seitwärtslauf mehr oder weniger hat, eine hohe Flagge sich ausbildet das ist eigentlich ein positives Zeichen, dass der Markt hier oben nicht anfängt abzuverkaufen und wenn sich dieses positive Zeichen nach oben hin fortsetzt, das heißt gibt es hier eine Auflösung zur Oberseite hin, dann haben wir gute Chancen, hier ein paar Zähler auf der Oberseite mitzumachen und zunächst zumindest erstmal hier an die Marke von 27.300 Punkte ranzulaufen und dann haben wir es nicht mehr weit das Allzeit hoch bei 27.420 Zählern wie schon gesagt, es ist hier aktuell auch alles offen, ja ich sage das, im kurzfristigen Bereich kann immer alles passieren mittelfristig in ganzer Ruhe es ist ein positives Zeichen, dass wir uns hier oben seitwärts bewegen der Markt hält relativ stabil inne und wir wissen ja in den USA ist gerade auch die innenpolitische Lage nicht so sauber Impeachment gegen Trump und so weiter und so fort das hat Sprengkraft wir wissen, dass solche Verfahren auch deutlich negative Auswirkungen auf die Indizes haben kann das muss man immer so ein bisschen mit im Hinterkopf haben, aus diesem Grund sehe ich das Ganze persönlich relativ positiv dass wir hier auf hohem Niveau laufen und diesen kleinen Abwärtstrend, der sich hier gebildet haben über die sagen wir mal Zeitleiste korrigieren und nicht über die Preisleiste schauen wir uns den S&P 500 an auch hier sehen wir einen schönen Schwung nach oben auch hier das Ganze trendig nach oben gesehen die Aufwärtstynamik ist da die gesamte Abwärtstynamik wurde jetzt erst einmal hinausgenommen schauen wir uns das Bild mal kurz auch auf der Woche an wir sehen es hier ist der Markt mittlerweile in der Situation, dass er mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier höheres Tief gemacht hat der Markt sehen wir auch auf der Wochenbasis wir haben ansteigende Wochenkerzen das ist eher ein Zeichen dass wir eine gute Chance haben noch ein Stück weit nach oben zu laufen aus dieser Sicht aus dieser Perspektive die wir jetzt hier sehen ist aber eins extrem wichtig hier oben ist das Allzeithoch und wenn wir richtig eine ordentliche Dynamik nach oben sehen wäre das wirklich sehr sehr positiv zu bewerten aber wenn wir einen Abprall bekommen die Wahrscheinlichkeit haben wir halt auch ist das auch ein Zeichen vom Markt und auf diese Zeichen müssen wir hören gerade wenn wir uns im kurzfristigen Trading sozusagen bemühen unterwegs zu sein wir sind hier gut herangelaufen über die Marke von 3000 Zählern das Allzeithoch haben wir hier oben bei knapp 3030 stehen das heißt es ist nicht mehr viel Luft nach oben und hier kommt es halt wirklich drauf an ein kurzer Abprall von oben das eröffnet uns kurzfristig und später wieder Chance zu Korrekturen aber wenn hier oben diesmal tatsächlich Kaufoders liegen dann könnte das auch für einen schönen Schub nach oben sorgen wie schon gesagt aktuell laufen wir wieder schön nach oben hier das ist so ein schönes Kontraktionsmuster was wir hier auch haben das scanne ich sehr sehr gerne die Märkte in den großen Bildern nach solchen Kontraktionsmustern und das läuft halt so ab dass wir hier nach unten laufen kurz vor dem Hoch wieder rumdrehen wieder nach unten laufen kurz vor dem Hoch nach oben wieder umdrehen also aus meiner Erfahrung her wird es mich auch nicht wundern wenn wir hier noch eine dritte Kontraktion bekommen die nochmal ein Stückchen abflacht und dann tatsächlich der Ausbruch nach oben kommt so das mal so ein bisschen von der Planung her aber auch hier das Bild momentan positiv aufwärts gerichtet mit einem Ausrufe Achtungszeichen wir haben einfach momentan eine politische Unsicherheit die heißt Trump und wir haben eine politische Unsicherheit die heißt China und wenn es da irgendwelche negativen Nachrichten gibt könnte es auch derzeit immer wieder den Schub nach unten geben aber wir haben es gesehen in der letzten Zeit sind diese Schübe nach unten nie so gekommen dass sich das Gesamtbild auf großer Ebene negativ verändert hat das ist das was wir hier an dieser Stelle auch mit sehen das also hier zum S&P 500 und dann würde ich gerne nochmal eben den Blick in den Ölsektor wagen übrigens ich habe es ja vorhin auch avisiert Brand ist hier und der WTI das heißt wir haben jetzt hier auch wirklich einen zweiten Markt mit stehen und das haben wir hier als Brand die Charts jetzt hier hässlich aber nichtsdestotrotz der Brand wird auch immer mal von jetzt an in die Handelsideen mit hineinkommen und wie schon gesagt der Brand ist halt in Euro notiert das WTI in US-Dollar das ist vielleicht für den einen oder anderen möglicherweise auch interessant so jetzt schauen wir aber kurz nochmal auf das WTI und zwar möchte ich im WTI jetzt hier nicht den Tagesschat anschauen wobei der Tagesschat auch momentan interessant ist auf einer Tatsache und zwar schaut es euch mal an wir schwingen hier so ein bisschen nach oben ja der Ölmarktbericht diese Woche war relativ schlecht und wir sehen hier in einem Bereich dass man hat an dieser Stelle hier oben dort darf der Markt wenn er hier wirklich drüber geht dann haben wir tatsächlich die Chance etwas weiter zu korrigieren und deswegen gucken wir jetzt hier an dieser Stelle mal eben in die Woche rein und wir haben es ja gesehen hier unten von diesem Bereich um die 50 Dollar sind wir wieder abgeprallt und haben danach eine Kerze eine steigende Wochenkerze gesehen und diese steigende Wochenkerze hat die Chance wenn sie bestätigt wird halt etwas tiefer in die Korrektur mit rein zu laufen das ist mal so das große Bild was wir hier haben aus rein technischer Sichtweise ja das heißt wir brauchen auf alle Fälle mal die Bestätigung der Markt muss hier oben drüber laufen und wir sehen es ja auch in der Folgewoche also die die aktuell läuft sie hat wieder ein höheres Tief gemacht und steigt momentan nach oben auch mit an das zeigt uns so ein bisschen die Aufwärtsdynamik und wenn wir hier dann oben drüber laufen über diese Marke hier drüben ich ziehe das mal noch ein ganz kleines Stückchen hier hoch also knapp die Marke von 55 Dollar überschreiten das wäre dann nämlich der Punkt hier schaut euch das mal an dass wir hier einen kleinen Aufwärtstrend bilden das heißt wenn wir uns das mal so sehen hier an dieser Stelle das wäre dann der kleine Trend wenn ihr da oben drüber läuft und dieser hat dann tatsächlich auch die Chance etwas in die ja sag ich mal Woche hinein zu korrigieren und das ist dann das was wir hier sehen die Anlaufbereiche halt zur oberen Seite hin und das kann man schon so ein bisschen auf der Uhr haben auch für die nächste Woche möglicherweise je nachdem wie sich der Tag heute entwickelt schauen wir da nochmal mit einem Handelssetup am Montag drauf aber hier haben wir jetzt die Situation der Boden scheint zumindest erstmal kurzfristig zu halten was dann hier nach diesem starken Schub nach unten durchaus für etwas weitere Korrektur zur Oberseite hin mitbringen kann ist jetzt natürlich nichts für einen kurzen Intraday Trade sondern für einen Swing nach oben aber die Chancen hier an dieser Stelle haben wir definitiv da das sozusagen hier zum aktuellen WTI und damit gehen wir hier heute aus den aktuellen Handelsideen raus und schauen nochmal auf die Termine der kommenden Woche und da sehen wir am Montag früh 3.30 Uhr unserer Zeit haben wir den Zinsentscheid der chinesischen Notenbank wir bekommen am Dienstag aus den USA wichtige Informationen vom Immobilienmarkt nämlich wir sehen hier die Verkäufe bestehender Häuser am Mittwoch gibt es wieder die Rohöl Lagerbestände aus den USA und am Donnerstag dann wichtige Nachrichten da steht Europa im Mittelpunkt früh ganz klar 10.30 Uhr den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hier in Deutschland aber am Nachmittag dann haben wir den Zinsentscheid der EZB dass das eine gut da wird keine Bewegung hier zumindest in diesem Bereich erwartet aber Zinssenkung auf anderen Bereichen zum Beispiel im Thema der Strafzinsen für die Banken könnte durchaus eine Rolle spielen aber danach das was die Pressekonferenz sagt das ist das Wichtige dort wird gesagt wie die Zentralbank sich aufstellen möchte um die Wirtschaft in Europa zu stützen und das sind wirklich sehr sehr wichtige Fakten also nächste Woche Donnerstag ist ein extrem wichtiger Tag auf der Nachrichtenseite am Freitag gibt es dann hier aus Sicht der drei Bullenköpfe den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland und das können wir für die Planung sozusagen der nächsten Handelswoche nehmen das also zur Vorausplanung damit sind wir durch mit der Besprechung von Charts und wir gehen jetzt hier auf das Thema ein wir schauen auf wichtige Fakten hier in den Videos und wir gehen das ist